Servus liebe KISS Kinder und willkommen zurück zu unserer KISS Challenge des Tages. Nachdem wir im gestrigen Spiel beim Spiel Hühnerstall unsere Eier mit unserem Eimer davor bewahrt haben auf den Boden zu fallen, spielen wir heute ein kleines Aufräumspiel und zwar Bagger. Was ihr dazu braucht ist eigentlich nicht viel und zwar die Sachen, die ihr eh schon im Kinderzimmer rumliegen habt und die unbedingt mal wieder aufgeräumt gehören. Das Spiel wird euch gezeigt vom Ruffer. Und schon geht's los. Ruffer hat beim Spielen mal wieder vergessen, vor lauter Spaß sein Zimmer aufzuräumen und Jill ist damit gar nicht einverstanden. Jetzt muss Ruffer natürlich schauen, wie er am besten die ganzen Sachen, die in seinem Zimmer rumliegen, wieder zurück in die Kiste packt. Und das macht er so. Er packt sich die Kiste ans Kopfende, greift die Spielsachen mit den Beinen und legt sie nach und nach hinten in der Kiste ab. Am besten legt ihr euch was unter, denn der Kinderzimmerboden ist vielleicht ein bisschen zu hart dafür. Und schon ist alles aufgeräumt. Vielen Dank und auch Jill ist zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020